Hey! Okay, jetzt geht's hier gleich wieder weiter. Ich habe heute STARS, STARS, STARS! Und jetzt hab ich hier ... Wie so funktioniert... das war eigentlich so wie mit Lexington Bridge, ha? Ja, wir wollten. Okay. One, two, three! No, no, no! Wir sind in Chefau bei Rhino's Mountain Promotion. Ihr habt ja viele Songs, die es schon gibt, jetzt nochmal neu aufgelegt. Sind das jetzt Lieder, wo ihr schon echt seit klein auf vom Spiegel standen mitgesungen habt? Oder sind das eher Songs, wo ihr euch denkt, okay, das passt jetzt einfach ganz gut? Oder wie sucht ihr die Songs aus? Nein, das war eigentlich nur eine Idee mit Stand By Me. Das war ja noch, glaube ich, vor uns, die Version, da haben wir noch nicht mal Spiegel getanzt. Aber das war nur eine Idee und wir haben das einfach durchgezogen. Und einer unserer Lieblingssongs mit uns ist Ride Your Radio. Das haben wir schon früher gemacht. Wenn ihr mutig seid, dann könnt ihr da runter. Oh nein. Ich komme überhaupt nicht mehr voran. Oh mein Gott. Lemon im Eis, würde ich mal sagen. Was habt ihr denn so als Kids über alles geliebt? Also ich habe gern als Kind die Schlümpfe gesehen. Mit He-Man und mit She-Ra und so, ne? She-Ra, genau. Martin Krayscar und so. Ich war voller Fan, habe solche Kartons gehabt. Sind die Füße eingefroren oder was? Sind die Füße eingefroren oder was? Erst qui. Danke.